Ihr habt euch richtig schick gemacht, feines Outfit in dunkelblau oder schwarz für den Termin in der Chefetage, geht um die Verhandlungen, Gehaltserhöhungen oder sowas oder das Date abends und dann seht ihr plötzlich, wie bei jeder Kopfbewegung, Schuppen von eurem Kopf regnen. Schuppen sind natürlich eigentlich nichts Schlimmes, aber trotzdem möchten viele sie schnellstmöglich wieder loswerden. Man fühlt sich irgendwie ungepflegt und dann kommt ja auch noch dieses lästige Kopfhautjogen dazu. Das Geriesel entsteht, wenn die Hautplättchen, die wir normalerweise als winzige einzelne Schüppchen unsichtbar verlieren, sich an der Oberfläche stauen und miteinander verkleben. Diese größeren Plumpen fallen uns dann plötzlich als sichtbare Schuppen vorm Kopf. Schuppen können die unterschiedlichsten Ursachen haben, deshalb gibt es auch nicht das eine Wundermittel, um das Problem loszuwerden. In diesem Video zeige ich euch 5 Tipps, die euch individuell, je nach Haar- und Hauttyp helfen können. Der Klassiker im Kampf gegen die Schuppen sind natürlich Anti-Schuppen-Shampoos. Sie enthalten unter anderem oft pilzabtötende Wirkstoffe, da vor allem fettige Schuppen oft durch ein Hefepilz entstehen. Wichtig ist, dass ihr Anti-Schuppen-Shampoos nicht täglich benutzt und auch nicht länger als einen Monat. Sonst können sie die Kopfhaut austrocknen und dann rieselt es stärker statt weniger. Den Spruch kennt ihr garantiert alle, Schönheit kommt von innen. Gemeint ist damit die innere Einstellung, aber auch die Ernährung. Die kann bei Schuppen auch eine Rolle spielen. Probiert doch mal Alkohol, Weizenmehl, Zucker, Kaffee und Lebensmittel mit viel Fett wegzulassen und setzt stattdessen auf Lebensmittel mit viel Vitamin A, Vitamin E und Biotin. Diese Hautvitamine liefern euch unter anderem Eigelb, auch richtig geil hier, Sojabohnen, Naturreis, Erbsen, Spinat auch richtig lecker und hier natürlich auch Karotten und mein absolutes Lieblingsfrühstück. Haferflocken, wenn es dann besser wird, habt ihr die Ursache für die Schuppen gefunden. Ist trockene Kopfhaut schuld an euren Schuppen, dann kann auch Olivenöl helfen. Massiert einfach abends ein paar Tropfen, nicht die ganze Pulle, nur ein paar Tropfen ein und lasst das Öl über Nacht einwirken und wascht es am nächsten Morgen mit lauwarmen Wasser, nicht zu heiß aus. Oft fühlt sich die Kopfhaut schon nach einer Behandlung entspannter an. Wenn es im Sommer plötzlich von eurem Kopf zu schneien beginnt, hat eure Kopfhaut wahrscheinlich zu viel Sonne abbekommen. Deshalb sind leichte, luftige Kopfbedeckungen an heißen Tagen und nicht nur der Sonnenschutz für die Haut, sondern eben auch vom Kopf nicht wegzudenken und ein perfektes Anti-Schuppenmittel. Shampoo, Spülung, Kur, Haarspray, Wachs, was nicht alles. Wenn ihr euch mal zu Hause im Bad umschaut, dann kommt wahrscheinlich auch einiges an Haarpflegeprodukten zusammen. Für eure Haare sind so viele verschiedene Stylingprodukte und tägliches Waschen und vielleicht auch noch Föhn on top, allerdings eher eine Strapaze als Pflege. Und dann fängt die Kopfhaut an zu schuppen und zu jucken. Deshalb mein letzter Tipp, weniger ist mehr. Egal, ob ihr eine trockene oder eine fettige Kopfhaut habt, wascht euch die Haare seltener und nur mit lauwarmem Wasser. Verzichtet auf stark parfümierte Shampoos und möglichst auch auf heißes Föhn. Damit schont ihr eure Kopfhaut und bringt alles wieder ins Gleichgewicht. Mit diesen Tipps sollte das Rieseln und Jucken relativ schnell aufhören. Wenn nicht, lasst euch mal von eurer Hautärztin oder eurem Hautarzt auf den Kopf schauen, was dahinter stecken könnte. Und wenn einer meiner Tipps hilft, versucht zur Vorbeugung am besten langfristig eure Haarpflege auf eure Kopfhaut abzustimmen. Mit milden Shampoos, ohne Duft und Konservierungsstoffe liegt ihr immer richtig. Vielleicht probiert ihr ja alternativ auch mal Wascherde oder Haarseife. Dann habt ihr eine gute Chance, dass ihr die Schuppen dauerhaft loswerdet. Mit Wasser natürlich.